Wir sind im Jahr 2008, das ist Kassette Nummer Zwei. Filmstudio 3 präsentiert seinen neuen Super-Mega-Blockbuster. Was meint ihr? Sollte die einheimische Bevölkerung und sollten diejenigen, die in unser Land kommen, um Geld zu verdienen, die gleichen Rechte haben? Nein, ich finde nicht. Russland sind Russen. Wir sind hier zu wehrsportlichen Übungen zusammengekommen, um Nahkampf zu trainieren und die angesprochene Brandschutzübung durchzuführen. Ich gelobe feierlich, dass ich meine Rasse bis zum letzten Blutstropfen verteidige. Ich bin jetzt auf dem Markt und ich sehe hier Julia zusammen in einem Kaukasian. Sascha, lass uns die Jungs anrufen. Saschalein, das ist Robert. Sehr erfreut, ich bin Robert. Ich habe gerade erfahren, dass so ein Drecks-Kaukasian meine kleine Schwester belästigt. Ihr seid tot, ihr schwarze Ersch... Kaukasian! Ihr seid tot! Scheiß Kaukasian lässt deine Dreckspforten vor dir! Das hat uns hängt, um uns auf dem Grund zu sein. Ich bin da, was. Ich bin da, was. Untertitelung des ZDF, 2020